Jo, hier ist mal wieder TTV und ich laufe gerade ohne Krücken, da kann das schon, ja, alter, weiß auch nicht warum ich hier hingehe, ist mir auch scheißegal, ich will einfach nur mal ein Video machen, wo ich laufe und ja, ihr könnt mich nicht sehen, ist mir auch scheißegal, gerade ich kann heute doch nicht die 3 Uhr Nacht Challenge machen, oder ich wollte die eigentlich gestern machen, bin eingeschlafen, vorgestern auch eingeschlafen, vielleicht heute auch wieder eingeschlafen und mein Feltjesbinder liegt unter meinem Bett, und ihr wisst, ich kann das nicht so gut, also ich kann nicht so gut Sachen holen da drunter, ja, wegen meiner Hüfte und ja, das war es auch schon mit dem Video, ich bin ja gerade auf meinem PC, ja, ich zeige euch dann gleich mal, ja, ui, nein, Spaß, das zeige ich euch was anderes mal, und ihr könnt auch auf die Pete gucken, da ist ein bisschen so ein Video drauf, und ja, und guckt auch mal bei Lukas, TV, 1, 2, 3, also drauf, guckt auch mal drauf, ich und mein Kumpel Lukas haben dann, 3 und 8 gedreht, mit seinem Bruder, und ja, es ist ja ganz schön komische Sachen sind da passiert, und ja, es ist mir scheißegal, ob ihr mich jetzt nicht sehen könnt, und soll ich mal wieder ein Live-Stream machen, dann schreibt es mir in die Kommentare, und folgt mir auf Instagram, TTV, YouTube, ich leute dazu, ich mach dazu seit nichts hoch, weil ich da nicht hin kann, irgendwie, so mein Instagram-Account ist mir auch, gerade egal, also zu den TTV, Instagram-Account, folgt mir auch auf meinen anderen Instagram-Account, EPT YouTube, ja, den kennt vielleicht schon von euch, welche, das ist schon über 1000 Follower, ja, folgt mir auch, folgt mir auch noch auf, auf Instagram-TTV, YouTube, das ist ein anderer Account von mir, und ja, eigentlich hast du das auch schon mit dem Video, nein, warte, edit mich auf Snapchat, da heißt ich, T, T, Meier, 6, äh, 5 und, äh, 56, ja, das Video ist jetzt schon, warte, ist gleich 3 Minuten, 4, 3, 2, 1, 0, ja, 3 Minuten schon das Video, ist mir auch scheißegal, und ja, soll ich öfters mal so welche Videos machen, wo ich einfach nur rede, und mit euch, also, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ich das machen soll, schreibt mir auch, stellt mir Fragen in die Kommentare, ja, ja, ähm, was wollte ich hier noch sagen, abonniert, LpT, LpT und TLB, und auch diesen Kanal, ja, warte, was noch, ich habe auch Facebook, als jemand drauf geht, also, als jemand drauf kommen will, ja, ich heiße da Tim Meier, ne, Rico Meier, und ja, warum mache ich das Ding, alles klar, und ja, dieses Video ist eigentlich schon viel zu lange, für meine anderen Videos, die ich sonst immer mache, vielleicht kommt auch mal bei den Versuchen, nicht zu nach dem Video, ich weiß es nicht, und ja, warte mal, habe ich noch was, ja, ich muss noch überlegen, also ich komme gleich wieder, wollt ihr meine Nummer wissen, plus 49, denkt ihr, ich verrate meine Telefonnummer, nee, das tue ich nicht, hau auf damit, zu machen, okay, die Divis raus, schau, das längste Video auf diesem Kanal, raus bin ich, piu, wartet, ja jetzt,